...und mit der Nr. 5 Jonas Lehmann, mit der Nr. 18 Lukas Bojak, und mit der Nr. 24 Benitz Fedor. Und hier wird die Nutzung von den Spanien, Hendricks, und Axel Jakob. Geleitete für diese Partie von den beiden U-parteiischen Halbermann und Kursbierpartei. Kursbierpartei 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 Aua! Und auch die Sitzung der Strecke, Peter Moichos, Neues Wiederschöne, 4 zu 3. Hier wird Karte gegen die Nummer 8 von dieser Unahnsberg, Jan-Wiener Schneider. Vielen Dank. 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 ... Der Freizeit ist die Flieger-Familie in der Sieg. Jawoll! Der Niveau ist in der Nationalmannschaft zu 10. Die Nationalmannschaft muss tausend sein! Die Klamotiv! Nummer Applaus Nummer hândal! Drei... Leg er! Merkه pairs à claimed! Schade! Dann crashing nochmal die Augen auf! Fört jetzt mal langsam auf! Und das war der Treffer zum 3-Testvertrieb für den 3-Fütter-Mann-Ansberg-Dorschütze mit der Nummer 8, Janiklas Schreier. So Jungs, komm, Hordeca! Für die nächste Partie, 20-Testvertrieb, der Kreise Industrie zu Jakob. Sehen wir Sie! Jawohl! Die Leiterträgerung für den Sieg zur Schutze der Nummer 17, Maxi Vorlauf. Die Leiterträgerung für den Sieg zur Schutze der Nummer 1, Janiklas Schreier. So Jungs, komm, Hordeca! 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 Komm, Hordeca! Der Sieger von Lukas Stoyan mit dem neuen Spielstand 14 zu 12 Es beginnt die letzte Spielminute in der letzten der Spielzeit der Krassefahli der Rundleger 3 Das werden wir zur Uf. 15 zu 12 für die Krassefahli der Rundleger 3 durch die Uf. 7 Liedos Reschmüller Liedos 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 Ich stelle die Schwierigkeitssägerung, Nachläge und Energie, 15 zu 12.